Du sag mal, irgendwann übernachtest du schon überhaupt mal wieder bei mir. Na klar, aber... Gib uns hier noch ein paar Tage, ja? Oma? Ich weiß nicht, findest du das doof? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, bin ich ganz in deiner Nähe. Aber ich bin mir nicht so... Minuten! Was? Ach, Iffi, schau ich mich gerade aus dem Bad. Aber zwischen euch ist wieder alles cool, oder? Ja, ja, alles klar. Aber sie muss halt manchmal trotzdem. Ich ruf dich dann an. Okay, ich liebe...